Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Koldhausen. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 450 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal.